Dass das auf diesem Kanal noch passiert, hätten wir glaube ich alle nicht mehr gedacht, oder? Seit dem letzten Video ist fast ein komplettes Jahr vergangen und damals hatte ich auch glaube ich weniger als halb so viele Abonnenten wie ich jetzt habe. Generell muss ich mich jetzt endlich mal bei euch für diese riesige Explosion seit der Weltpremiere in München bedanken. Es haben mich dort Leute angesprochen und wollten sogar Fotos haben und danach ist mein Kanal auch nur noch mega explodiert. Ich habe so viele nette Leute kennenlernen dürfen, die ihr teilweise eh kennt und ich bin danach fast heulend um halb eins in der Nacht zu Hause angekommen und war einfach nur traurig, dass es vorbei war. Aber nichtsdestotrotz will ich euch jetzt nicht diese 10 Fakten über Melody Ralston vorenthalten. Let's go! Fakt Nummer 1 Melody hat am 2. März Geburtstag und ist Stand Rivalen im Revier 10 Jahre alt. Zum Zeitpunkt des aktuellen Woodwalkers Films ist sie 8 Jahre alt. Fakt Nummer 2 Sie ist die Tochter von Anna und Donald Ralston. Hat zwei Geschwister, nämlich Marlon und Karak Jay und ein Haustier, einen Labrador namens Bingo. Fakt Nummer 3 Melody kleidet sich gerne sportlich, hat aber gerne sowohl Jeans als auch Kleider an. Fakt Nummer 4 Sie hat glatte, blonde Haare, die sie meist im Pferdeschwanz trägt, blaue Augen und ist etwa 1,48 Meter groß. Fakt Nummer 5 Als ihre Mutter Karak adoptiert, ist Melody zunächst neugierig auf ihn. Doch sie beginnt bald auf Karak neidisch zu sein, da Anna so viel Zeit mit ihm verbringt. Sie zickt Karak oftmals an, aber seit sie bei einem Wanderausflug viel von Karak über Tiere erfährt, ist sie wieder positiver gegenüber ihm eingestellt und sie sieht ihn langsam als ihren echten Bruder. Fakt Nummer 6 Melodies Lieblingsfarbe ist Gold. Fakt Nummer 7 In den Woodwalkers Filmen wird Melody von Luna Arwen Krüger porträtiert. Fakt Nummer 8 Melodies Lieblingsfächer in der Schule sind Sport, Geografie und Kunst. Fakt Nummer 9 Melody ist in der Geschichte die erste Nicht-Woodwalkerin, die von Karaks Verwandlungsfähigkeiten weiß. Dieses Geheimnis hütet sie mal gut, mal eher so semi gut. Fakt Nummer 10 Ihre Illustration in den japanischen Büchern wurde von Aki Bright gezeichnet. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video Melody etwas näher bringen und vielleicht findet sich unter den Leuten, die dieses Video schauen, auch ein neuer Woodwalkers Fan, der oder die Melody nur aus den Woodwalkers Filmen kennt. Wenn ja, meldet euch gerne in den Kommentaren und wenn ihr euch irgendwen als nächstes wünscht, dann lasst es mich bitte auch wissen.